Gedanke 2. Die digitale Pressemappe. Mehr als nur eine PDF. Eine digitale Pressemappe sollte weit mehr sein als nur die digitale Version einer gedruckten Pressemappe. Sie bietet die Möglichkeit, durch den Einsatz von multimedialen und interaktiven Inhalten ein lebendiges und dynamisches Erlebnis zu schaffen. Dabei geht es darum, die Stärken des digitalen Formats voll auszuschöpfen und gleichzeitig die Klarheit und Struktur einer klassischen Pressemappe zu bewahren. Interaktive Inhalte für ein dynamisches Erlebnis. Eine gut gestaltete digitale Pressemappe macht die Inhalte interaktiv und zugänglich. Mit Videos, interaktiven Grafiken und Hyperlinks wird die Pressemappe nicht nur informativer, sondern bietet dem Leser die Möglichkeit, tiefer in das Thema einzutauchen und gezielt die Inhalte zu erkunden, die für ihn am relevantesten sind. Die Flexibilität des digitalen Formats erlaubt es, Informationen auf verschiedene Arten zu präsentieren, ohne den Leser zu überfordern. Beispiel. Ein Technologieunternehmen veröffentlicht eine Pressemappe für die Einführung eines neuen Geräts. Anstatt nur technische Daten bereitzustellen, enthält die Pressemappe Videos, die das Gerät in Aktion zeigen, sowie eine interaktive Grafik, die es dem Leser ermöglicht, die verschiedenen Funktionsmerkmale des Produkts genauer zu erkunden. Diese dynamische Präsentation hält den Leser länger bei der Pressemappe und schafft eine tiefere Verbindung zum Produkt. Mehrwert durch Verlinkungen zu weiterführenden Inhalten. Eine digitale Pressemappe kann durch die Integration von Hyperlinks zu externen Quellen erweitert werden. Dies bietet die Möglichkeit, den Lesern zusätzliche Informationen bereitzustellen, ohne die Pressemappe selbst mit zu vielen Details zu überladen. So lassen sich gezielt Produktseiten, Forschungsberichte oder Social-Media-Inhalte einbinden, die dem Leser einen tiefergehenden Einblick in die Themen bieten. Ein Pharmaunternehmen stellt eine neue Behandlungsmethode vor. In der Pressemappe sind nicht nur die Ergebnisse klinischer Studien zusammengefasst, sondern auch Links zu wissenschaftlichen Artikeln, die weiterführende Informationen zu den Forschungsgrundlagen bieten. Ein zusätzlicher Link führt zu einem Interview mit einem der leitenden Wissenschaftler, das auf YouTube abrufbar ist. Diese Verknüpfung verschiedener Medien erlaubt es Journalisten, tiefer in die Materie einzusteigen, ohne dass die Pressemappe überfrachtet wirkt. Vorteile von Videos und visuellen Elementen Videos sind ein effektives Mittel, um Inhalte schnell und emotional zu transportieren. Sie können komplexe Themen vereinfachen und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Lesers stärker fesseln als reiner Text. Besonders bei der Vorstellung neuer Produkte oder Dienstleistungen können Videos eine Schlüsselrolle spielen, um die Funktionalität und Anwendung auf anschauliche Weise zu demonstrieren. Beispiel Ein Modeunternehmen bereitet eine Pressemappe für die Vorstellung seiner neuen Kollektion vor. Anstatt nur Fotos der Kleidungsstücke zu zeigen, enthält die Pressemappe ein kurzes Video, das die Kollektion bei einer Modenschau in Bewegung zeigt. Diese dynamische Präsentation ermöglicht es Journalisten und Bloggern, die Kollektion besser zu verstehen und das Design sowie die Stoffe in Aktion zu sehen, was durch statische Bilder allein nicht möglich wäre. Die Rolle von Multimedia bei der Informationsvermittlung Multimedia ist nicht nur ein visuelles Extra, sondern kann dabei helfen, komplexe Informationen verständlicher zu machen. Interaktive Infografiken, Diagramme oder Animationen können verwendet werden, um Daten und Fakten auf eine Weise darzustellen, die den Leser aktiv in den Prozess der Informationsaufnahme einbindet. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen klar verstanden und weiterverbreitet werden. Eine digitale Pressemappe sollte weit mehr sein als nur eine PDF-Version einer gedruckten Pressemappe. Sie bietet die Möglichkeit, Inhalte dynamisch, multimedial und interaktiv zu präsentieren und so dem Leser eine tiefere und ansprechendere Erfahrung zu bieten. Durch die Verknüpfung mit externen Inhalten und die Nutzung von visuellen Werkzeugen kann die digitale Pressemappe nicht nur informieren, sondern auch begeistern und zum weiteren Erkunden anregen. Überall bei uns mein Video. Überall am Ende. 1, 2, 3 und 3. 5, 3, 3, 4. 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 12, 8, 11, 9, 9, 11,